Dies hier ist die für YouTube becuttete Version meiner Diskussion mit Kürtschuh. Wir haben über die gesamte KuchenTV, Shuyoka, Squirrels Sache gesprochen und sind natürlich auch zu weiteren Themen abgedriftet. Schaut gerne euch die Diskussion an und schreibt eure Meinung danach in die Kommentare, denn fairer Diskurs ist wichtig. Lasst dem Video auch ein Like da, auch wenn es nicht mein üblicher Content auf diesem Kanal ist. Hallo. Hallo. Hallöchen. Hallo Kürtschuh. Hallo. Wie soll ich dich nennen? Ähm, ich heiße Hugo. Okay, Hugo, einfach. Ich habe hier gerade den Stream schon vor ein paar Minuten gestartet und wäre prinzipiell bereit. Ja, wir sind auch ready. Warte mal, bist du laut genug? Ja, ich glaube, du bist laut genug. Ähm, zu Not schrei ich einfach. Naja, glaube ich, nicht notwendig. Okay. Ja, geht ja ein bisschen um KuchenTV, seine Standpunkte so ein bisschen und um den Artikel da, ne? Genau, also ich hatte jetzt mir zu dem KuchenTV-Video, hatte ich auf dein Video reagiert, und ich fand's, um ehrlich zu sein, eher schwach. Mhm. Hast du da aus der Reaction gestern ein bisschen was mitnehmen können oder ist das so mehr oder weniger auch mal auf dein Standpunkt? Ja, ich habe mitnehmen können, dass ich nicht so gemein sein darf. Ja gut, das ist Reaction. Da bin ich nicht so. Ähm, aber was, aber sonst, ich habe, also, was, du hattest ja erst so ein bisschen, ähm, KuchenTV zusammengeschnitten. Also so einzelne Schnipse aus den Videos mit diesem Hetzen. Genau. Und der Definition so. Und danach ging's relativ lang nur um diesen, ähm, einen Satz von KuchenTV zu Gamergate. Richtig? Ja, genau, also das Video war quasi nur, ähm, der Rechtsextremismus-Vorwurf, der halt nicht haltbar ist. Und dann ging's um Gamergate, genau. Aber, ähm, genau, der, der Vorwurf mit Rechtsextremen, ähm, Skurrus, KuchenTV und so weiter. Monte, ja. Genau, ähm, habe ich es richtig verstanden, dass im Twitter-Thread, ähm, die als reaktionär oder rechts bezeichnet wurden und nur im ausführlichen Artikel nochmal klargestellt wurden, dass es nicht richtig wäre, diese als rechtsextrem zu bezeichnen? Äh, die wurden im Twitter-Thread, glaube ich, gar nicht wirklich namentlich genannt, wenn ich da jetzt gerade nochmal so durchgehe. Aber es wurde einfach nur gesagt. Aber es wurde ja davon gesprochen, dass die Personen in der Kampagne gegen, äh, Shuyuka rechtsextreme wären oder dass da auch rechtsextreme wären zumindest. Dass da auch rechtsextreme Akteure mit dabei sind, genau, da wurde ich, ne, hier, äh, Teil des Hasswellenschulterschlusses sind dabei sowohl toxische und reaktionäre als auch eindeutig rechtsextreme Akteure, genau. Ja. Und daraus lässt sich dann ja schon mal schließen, okay, da sind anscheinend welche dabei und das legen die dann ja im Artikel dar, ne, beispielsweise dieser Chris Anger oder dieser Typ von der NPD, beziehungsweise von der, äh, Heimatpartei, NPD hat sich ja umbenannt, das sind ja zum Beispiel klar rechtsextreme Leute, die sich da angebiedert haben. Ja, ja, schon, aber, ähm, wenn, warum schreibt man da nicht in den Artikel rein, welche Leute zum Beispiel, weil, wenn man sagt, die Leute, die gegen Shuyuka argumentieren, dann hätten ja die meisten schon so Skurrus, Monte, KuchenTV im Kopf. Ja, klar, aber da wird ja quasi gesagt, äh, toxische und reaktionäre als auch eindeutig rechtsextreme, ne, da wird halt einfach gesagt, da sind halt viele Leute daran beteiligt, unter anderem halt Leute, die toxisch unterwegs sind, Leute, die reaktionär unterwegs sind und auch Leute, die rechtsextrem unterwegs sind. Das ist ja eigentlich nur so eine grobe Zusammenfassung aller Leute, die daran beteiligt sind. Ja, gut. Muss ja nicht heißen, dass jeder von denen rechtsextrem ist. Ja, gut, aber ist reaktionär nicht nur ein anderes Wort für sehr rechts oder, oder, oder zumindest für extrem, extrem konservativ? Nicht für extrem, ne. Reaktionär ist einfach, du bist, okay, was heißt einfach, ne, politische Sachen sind immer ein bisschen schwieriger zu definieren, aber so im Kern wollen Reaktionäre ein nostalgisches Bild der Vergangenheit wiederherstellen. Also, die sagen einfach, okay, wir haben jetzt hier in der Gegenwart irgendwie so Probleme und Entwicklungen, da sind wir skeptisch, nee, das wollen wir nicht, wir wollen wieder zurück zu, zu damals, weil da war noch alles gut, ne. Du kennst ja wahrscheinlich so diese Memes von wegen, damals war alles besser, ne, Familie ist glücklich und heute irgendwie, da gibt's ja schon die ein oder anderen Memes online. Ja, schon. Und das ist so reaktionäres Gedankengut. Und rechtsextrem ist eher so, dass man auch gewalttätig ist, dass man, ähm, dass man Witze gegen marginalisierte Gruppen macht, äh, dass man so Morddrohungen, dies, das, andern hast, also rechtsextrem ist dann schon ein bisschen, geht in eine andere Richtung. Genau, äh, reaktionär ist aber schon härter als konservativ auf jeden Fall. Äh, kann sein, ja. Würde ich sagen, ja. Aber wo ist denn KuchenTV reaktionär? Also, du hast ja auch in deinem eigenen Video gesagt, äh, KuchenTV, Skurrus, da, da würde ich's vielleicht sogar so sehen, aber Monte wäre ein reaktionäres Streamer. Mhm. Äh. Also bei KuchenTV wäre zum Beispiel, also ich weiß ja nicht, du hast ja wahrscheinlich nicht wirklich viel mit dem, äh, Dokument auseinandergesetzt, ne. Mit da, mit, mit dieser Zusammenfassung da, äh. Ja, ja, wo die ganzen Zitate drin stehen. Also ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel. Ich hab's mal reingeschaut, aber, ähm, was mir aufgefallen ist, da sind doch definitiv auch einige Witze drin, die einfach als Zitat genannt werden. Ja, klar, aber Witze transportieren ja trotzdem auch noch eine Message, ne. Naja, aber oftmals das Gegenteil von dem, was, 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 ähm, was man mit dem Witz aussagt, oder? Ist das, also ist das zu sehen in den ganzen, also in den, im Gesamtkontext des Kanals, dass man eigentlich was anderes aussagen wollte? Weil das ist bei KuchenTV zum Beispiel nicht der Fall. Dass KuchenTV nicht, also dass KuchenTV keine reaktionären Ansichten hat, würde ich sagen, ist schon zu erkennen. Okay, also ein Beispiel für reaktionäre Ansichten wäre zum Beispiel, wenn jemand erklären möchte, warum das Geschlecht schon irgendwo wichtig ist. Zum Beispiel, wenn Shoyoka sagt, hey, als Frau im Internet begegnest du eine andere Form von Hass. Da hast du, das ist einfach ein bisschen anders, um das zu erklären. Ja. Und dann kommt KuchenTV und sagt, haha, sie will sagen, nur Frauen geht's schlecht im Internet und die werden nur gehasst. Ja, aber Shoyoka hat ja schon öfters, egal welche Kritik an sie geäußert worden ist, immer nur gesagt, ja, es ist nur eine Hasskampagne gegen Frauen oder, oder das wäre, oder. Ne, darum geht's ja jetzt gerade nicht. Es geht ja darum, dass sie einfach nur erklärt hat, hey, Frauen im Internet, die kriegen halt eine andere Form von Hass. Das hat eine andere Intensität, das sieht dann so und so aus. Ne, sie sind eher eine Zielscheibe. Und dann kommt KuchenTV und sagt, ja gut, jetzt sagt sie, nur Frauen bekommen Hass im Internet, was sie ja gar nicht gesagt hat. Sie hat einfach nur erklärt, warum das bei Frauen eine andere Form von Hass ist und hat das ein bisschen dargelegt, warum das dann mit Feminismus zu tun hat. Und anstatt dann darauf einzugehen, ja, anstatt darauf einzugehen, na, ich würde sagen, das ist ein Punkt für den Antifeminismus, aber ich würde auch sagen, dass man da eine reaktionäre Haltung erkennen kann. Weil anstatt sich darüber zu informieren, okay, was für Probleme haben wir in der Gesellschaft, da ist eine Person, die redet über Probleme, die Frauen haben, über Feminismus. Und anstatt da tatsächlich darauf zuzugehen und den Diskurs zu suchen, wird sich einfach nur darüber lustig gemacht. Und dann wird das ins absolute Extreme, eigentlich wird ein bisschen über die Aussage gelogen, weil sie hat ja nirgendwo gesagt, dass nur Frauen Hass bekommen, aber genau das sagt KuchenTV dann. Sie stellt es so dar, als wenn nur Frauen Hass im Internet bekommen, aber das hat sie ja gar nicht gemacht, sie hat einfach nur die Perspektive von Frauen im Internet erläutert. Genau, hier schreibt gerade Lucy Potter in meinem Chat, dass das nur eine überspitzte Aussage von KuchenTV war. Ja, aber das hat ja Methode bei dem. Bei dem ist ja alles eine überspitzte Aussage. Und ab welchem Punkt fangen wir dann an zu sagen, okay, der möchte eigentlich nur überspitzte Aussagen machen, um zu polarisieren und Content damit zu machen und Geld damit zu verdienen. Und wo hat er tatsächlich einen Inhalt und eine Position, die er dann vertreten möchte? Weil das hat er ja nicht wirklich. Oh, ganz kurz. Das wäre dann ja auch ein Punkt für mich. Mir fällt auf, ich habe im Discord vergessen, meine Kamera zu übertragen. Ich wollte das ja eigentlich machen. Ach, ja. Ja, kannst du anmachen, wenn du willst. Genau, also, genau, das ist der Punkt. Das war ja auch so eine Aussage, Shuyoka hat ja schon sehr oft im Allgemeinen, wenn sie kritisiert wurde, gesagt, dass sie nur kritisiert wird, weil sie eine Frau ist oder Kritik an sich generell als Kritik nur gegen Frauen abgestempelt. Mhm. Das wäre ja zum Beispiel, also da hätte ich ein anderes Beispiel für, klar. Wenn sie beispielsweise davon redet, hey, hier wurde das Narrativ von der irrationalen Frau dargestellt, ne, das war ja damals mit diesem Dara und Jill Gespräch, wo Dara einfach das Gespräch beendet hat, weil er Angst hatte, dass da irgendwas passieren wird. Da hat sie dann einfach erklärt, hey, das ist so dieses Narrativ, was gesponnen wird, ne, Frauen sind so überemotional und total irrational und die dürfen keine Emotionen zeigen, beziehungsweise wenn da eine weint oder sonst irgendwas, dann wird es ganz, alles ist ganz hysterisch und so. Und da hat GuckenTV auch einfach nur einen Witz drüber gemacht und hat gesagt, was hat das jetzt mit dem Geschlecht zu tun? So, und das wird da ja erklärt, dass es ja ein Bild in der Gesellschaft gibt, was Frauen so darstellt, als diese überemotionalen Menschen. Ja gut, aber in dem Gespräch war es ja wirklich so, dass sie sehr emotional wurde und, äh. Nee, war sie nicht. Sie war einfach wütend. Ja, wütend war und, ähm, er Angst hatte, dass in seinem Stream, dass sie irgendetwas Dummes sagt, was auch später gegen sie verwendet werden kann. Ja, aber das ist doch dann paternalistisch, oder nicht? Würde der das mit einem Mann machen, wenn er was Dummes sagt, den einfach muten? Ähm, um ihn nicht bloßzustellen, wäre das vielleicht schon eine Idee, weil wenn man emotional aufgeladen und Wut ist ja auch eine Emotion, also es ist das Gleiche. Äh, eine dumme Aussage bringt und man diese Person nicht unbedingt bloßstellen, sondern, äh, genau, Wüten ist auch eine Emotion und diese Person nicht bloßstellen möchte, kann das ja schon Sinn ergeben. Ja, aber hat er das schon mal bei anderen Menschen gemacht? Also bei Skurros, bei Imp oder sonst irgendwen, mit dem man geredet hat, hat er dann einfach gesagt, okay, nein, du bist jetzt zu wütend, wir brechen das Gespräch ab? Ähm, bei, naja, Skurros und Imp sind vielleicht auch einfach, also, gerade Skurros, ähm, ist er ja auch, nicht, nicht, vielleicht nicht so unbedingt schützenswert, also, schützenswert oder, ähm, eher nicht der Meinung, dass er unbedingt so geschützt werden muss. Ja, aber das ist es ja gerade, schützenswert, man muss Frauen beschützen, aber das muss man ja nicht. Frauen sind genauso gleichberechtigt wie Männer und die braucht man nicht beschützen, da braucht es keinen Ritter, der sie beschützt. Würdest du, wenn Skurros Hate bekommt, das jetzt also genauso, ähm, würdest du Skurros, wenn er Hate bekommt, genauso beschützen wie Shuyoka? Skurros, wenn er Hate bekommt, beschützen. Wahrscheinlich nicht, weil ich mit seinen Aussagen nicht einhergehe. Ja, exakt das, und deswegen, ähm, hat, hat er ja sie gemutet, weil er mit, weil er sie schützen wollte in der Situation, eine Kollegin von ihm ist, die er, die er schützen wollte. Aber vor wen wollte er sie denn schützen? Das ist ja, genau das Gegenteil ist ja passiert. Man hat sich ja dann trotzdem über sie lustig gemacht. Naja, dass man sich über irgendjemanden lustig macht, ist ja, ist ja normal, aber wenn, wenn sie halt jetzt wirklich in dieser emotionalen Situation etwas sehr Dummes gesagt hätte, dann kann das ja schon stark gegen sie verwendet werden. Und dann kann sie auch wieder Hate bekommen, was er wahrscheinlich dadurch einfach verhindern wollte. Ja, aber das hat er ja nicht zu entscheiden. Sie hat ja die Entscheidung getroffen, in den Stream reinzugehen und mit ihm zu reden. Und wenn er eigentlich jemand ist, mit denen Leute reden, ne, Dara ist ja dafür bekannt, dass man mit ihm debattiert, dann sollte er das eigentlich aushalten können. Oh, sorry, ich muss, ich muss alle jetzt muten. Ja, ja gut, aber wenn, wenn, naja, er hat halt in dem Moment sie nicht gemutet, weil es eine Frau ist, sondern in dem Moment sie gemutet, weil es er gedacht hat, es ist das Richtige für sie in dem Moment. Genau, ja, das hat er gedacht, aber aus einem paternalistischen Grund. Das ist es ja gerade. Das ist halt dieses, hey, ich möchte dich gerade beschützen. Ich glaube, wenn, wenn jetzt, keine Ahnung, du da reingekommen wärst, überemotional oder, oder wütend und er gemerkt hätte, dass, dass das nicht in eine positive Richtung führt, dann hätte, hätte er dich oder wen auch immer genauso gemutet. Das kann ja sein, aber er hat sich ja auch mittlerweile dafür entschuldigt, dass er sie gemutet hat, ne. Also, er hat sich ja dahingehend reflektiert. Also, ich würde das halt nicht cool finden, wenn ich weiß, dass jemand, hey, ich bin dafür bekannt, dass ich mit Leuten rede, dass ich debattiere, dass ich Leute ausreden lasse, auch wenn die emotional sind, ne. Der hat ja auch schon ein Gespräch mit anderen Leuten geführt, die dann rumgeschrien haben. Und da wird dann nicht gemutet, da wird nicht irgendwie das Gespräch beendet. Aber wenn dann eine Frau reinkommt und sagt, hey, ich hab da ein Problem, wie du das gerade gehandelt hast, das fand ich nicht gut. Da dann bevormunden zu sein und zu sagen, nee, so machen wir das nicht, ich mute dich jetzt. Das ist dann halt, das hat einen Geschmack. Das hat einen richtig möglichen, nicht gerade guten Beigeschmack. Und da hat er sich ja auch reflektiert, was das angeht. Ja gut, aber er hat das reflektiert, weil er aus seiner eigenen Bubble dafür dermaßen viel Hate bekommen hat. Oder zumindest Kritik, wenn das jetzt so... Okay, er hat auch von seiner eigenen Bubble super viel Hate dafür bekommen, dass er mit Rechten redet. Hat er damit aufgehört? Nee, ne? Ja, nein. Nein, also Skurrus ist ja jetzt kein Nazi oder sowas, mit dem er nicht reden darf. Ich hab nicht gesagt, dass Skurrus ein Nazi ist. Ich hab gesagt, dass er... Hä? Ich hab gesagt, dass Dara nicht aufgehört hat, mit Rechten zu reden. Ja, ja. Aber welche sind denn jetzt so rechts, dass man mit denen nicht reden sollte? Also Skurrus ist ja jetzt nicht so rechts, dass man mit ihm nicht reden darf. Okay. Ich weiß nicht, warum du da jetzt gerade hingehst, aber ich hab einfach nur gesagt, Dara hat nicht aufgehört, mit Rechten zu reden. Obwohl ganz viel Kritik daran, an ihn herangetragen wurde, dass er damit lassen soll. Ja, genau. Aber weil diese Kritik, also in meiner Ansicht, ganz klar falsch ist. Weil Skurrus ist vielleicht, ist jetzt vielleicht kein Linker und vielleicht sogar leicht rechts, aber deswegen ist das ja kein Grund, warum man nicht mit ihm reden sollte. Und wenn diese Kritik nicht nachvollziehbar ist, dann ist es klar, dass er sich dieser nicht annimmt. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, er hat die Kritik bei Jill, hat er angenommen, weil seine Bubble ihn dafür kritisiert hat und er wollte bei der gut dastehen. Aber bei dem mit Rechten reden, hat seine Bubble ihn noch viel mehr kritisiert. Und da hat er sich nicht, da hat er sich nicht geändert. Das heißt, das ist ja nicht wirklich der Grund, warum er sich geändert hat. Ja, vielleicht konnte er auch den einen Punkt mehr nachvollziehen und den anderen nicht. Genau, er konnte den einen Punkt mehr nachvollziehen und den anderen nicht, richtig. Aber nur weil er den Punkt nachvollziehen kann, heißt es ja nicht, dass es richtig sein muss. Muss es natürlich nicht, aber das hat ja nichts mit der Bubble zu tun, die ihn kritisiert hat. Trotzdem würde ich noch sagen... Aber ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab. Ich glaube, wir sollten vielleicht wieder zurück zu Kuchen gehen. Okay, ja, du hast schon recht, aber trotzdem würde ich dir nicht zustimmen, nur weil meine Frau mute, dass es eine patriarchale Absicht ist, weil ich glaube nicht, dass er das gemacht hat, weil es eine Frau ist. Nicht mal unterbewusst. Nee, ich glaube auch nicht, dass er das gemacht hat, weil es eine Frau ist. Ich glaube, warum sollte das nicht unterbewusst sein? Also unterbewusst können viele Dinge passieren. Ich kann auch noch unterbewusst rassistisch sein, obwohl ich mir darüber im Klaren bin, dass Rassismus nicht gut ist. Ja, aber es wurde ihm ja unterstellt, dass er das gemacht hat, weil es eine Frau ist. Nee, es wurde ihm unterstellt, dass er das gemacht hat und dass das scheiße ist. Und dann wurde gesagt, hey, so würdest du mit Männern nicht umgehen und dann hat er sich dahingehend mal reflektiert. Aber wie gesagt, das ist ja die Unterstellung, dass er das mit Männern nicht machen würde. Ja, aber das kann ja auch unterbewusst passieren. Aber wie gesagt, wir können ja, wollen wir wieder zurück zu Kuchen? Ja, gerne, genau. Und danach, also nach dem Punkt, dass Kuchen reaktionär wäre, also mit dem, dass er dagegen argumentiert hat, gingst du ja sehr lange auf Gamergate ein. Und wenn ich es richtig verstanden habe, die Überschrift von dem Artikel war, ähm... Gamergate 2.0, Streamerinnen als Feindbild toxischer und reaktionärer Communities. Genau. Und KuchenTV hat ja dann zu Gamergate nur gesagt, dass es damals um Belästigung ging. Richtig? Um sexuelle Belästigung, genau, ja. Genau. Wo er dann Parallele ziehen wollte. Und das ist das Einzige, was er dazu gesagt hat, ja. Ja gut, und dann hat er weiter gegen den Artikel argumentiert. Richtig? Mhm. Und... Nicht gegen den Artikel, der hat gegen den Twitter-Thread argumentiert die ganze Zeit. Genau, genau. Der hat den Artikel ja nicht behandelt. Ja, aber es macht schon Sinn, dass man den Artikel nicht... dass man den Twitter-Thread behandeln darf, weil den ja deutlich mehr Leute lesen werden als den Artikel. Das ist eine Vermutung. Also, vielleicht. Weiß ich nicht. Wer hat den Twitter-Thread zu Ende gelesen? Ich glaube, auch sehr wenig Leute. Ja, natürlich. Aber wenn die Überschrift so ist, ähm... Also, wenn das die Überschrift ist, rechte und reaktionäre Streamer, und man sagt, das ist die Kampagne gegen Shuyoka, dann unterstellt man ja... Würden zumindest die meisten, die... die schon KuchenTV und Monte und Skurrus jetzt als die Leute, die gegen Shuyoka sind, im Kopf haben, ähm... Da an die denken und damit diese ja dann mit rechten und reaktionären Streamern verknüpfen. Ja, das ist ja auch eine wahrscheinlich richtige Beobachtung, würde ich sagen, ja. Wieso? Wie kommst du zu der Annahme? Also, wo ist denn KuchenTV recht? Ja, wenn wir uns den Content von denen angucken. Naja, wie gesagt, wenn wir uns anschauen, was er für Argumentationen aufweist, jemand möchte ihm etwas über Feminismus erklären, über Frauen in der Gesellschaft, und dann macht er sich einfach nur darüber lustig, anstatt wirklich in den Diskurs einzutreten. Ähm... Der ist sehr hierarchisch unterwegs, ne, freut sich immer, wenn Geld reinkommt. Der macht das ja alles als... Das ist ja sein Job. Ja, natürlich. Und wenn es sein Job ist, dann weiß er ja auch, dass seine Community so und so drauf ist. Der weiß, welche Communities auf ihn gut anspringen und welche nicht, gerade mit seiner Vergangenheit, ne, da gibt's ja auch... Also, ja, früher, früher war KuchenTV... Der ist ja schon ein bisschen länger im Internet, ne? Also, früher war KuchenTV sicherlich mal rechts. Aber, aber das, das hat er ja abgelehnt. Und er macht ja sehr viele Videos auch gerade zu, zu eher linken Themen. Zum Beispiel? Was ist das Letzte, was dir da so im Kopf ist? Ich kann mich an das Uigul-Thema erinnern. Mhm, ja. Und er hatte, hat ja auch ein Video zu Katar gemacht. Und der Rest ist doch eigentlich eher unpolitischer Content, würde ich sagen. Und nur weil man sich über Feminismus lustig macht, ist, äh, als Kritik ist das ja nicht automatisch, bist du ja nicht als Person rechts. Das schreibt Lucy Potter hier gerade in meinen Chat. Wenn man Feminismus kritisiert, muss das nicht unbedingt heißen, dass man rechts ist, na klar. Aber sein Content besteht ja nicht daraus, dass er es kritisiert, sondern daraus, dass er sich darüber lustig macht. Dass er sagt, was hat das denn alles mit Geschlecht zu tun? Ja. So, er möchte halt die Dinge, die kompliziert sind, ganz gerne ganz einfach darstellen. Und sagen, ha, 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 wie dumm. Das ist ja, das ist ja quasi der Inhalt seiner Videos. Naja. Und wann immer er sich dann zu Politik äußert, sagt er dann, ja, ich bin ja für die Rechte von LGBTQIA-Plus-Personen, aber, ne, aber die Woken, aber hier das Thema, aber hier wird gesagt, Geschlecht ist wichtig. Aha, das ist gar nicht wichtig. Wann immer die Gelegenheit kommt, wirklich darauf zu hauen, haut er rauf. Und wann immer die Gelegenheit kommt, um sich dafür auszusprechen, dann ist das immer nur so ein kleiner Satz, so ein Nebensatz. So, ja, ich bin ja eigentlich dafür. Das ist dann ja eigentlich nicht wirklich, das ist ja nicht mehr als ein Lippenbekenntnis, oder? Wo hat denn Kuchen, also erstmal, natürlich kann man durch so eine überspitzte Aussage auch Kritik üben. Und hier im Chat wurde gerade nach einem konkreten Beispiel gefragt. Ah, Prolitopia ist bei mir im Chat, sehr schön. Was meinst du mit konkretes Beispiel? Wo Kuchen jetzt eben kein Argument gebracht hat, sondern nur gesagt hat, was hat das mit dem Geschlecht zu tun? Okay, ja, also direkt an der ersten Seite, ne, Shoyoka erklärt, hey, Feminismus, Frauen, das hatte ich ja eben schon ausgeführt, warum Frauen im Internet anders gehasst werden, warum der Hass im Internet gegen Frauen ein anderer ist, legt das ein bisschen da und dann sagt Kuchen einfach nur, ha, 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 warum ist das Geschlecht so wichtig? Warum ist dir das immer so wichtig? Obwohl sie das halt erklärt hat. So, er will die Erklärung gar nicht hören. Er will auch gar nicht in den Diskurs treten mit der Erklärung, sondern er will sich nur drüber lustig machen. Das würde ja niemand machen, der tatsächlich irgendwie ein feministisches Anliegen hat oder links ist oder tatsächlich Interesse an einem Diskurs hat. Der würde sich ja nicht einfach nur drüber lustig machen. Ja, ich habe auch nicht gesagt, dass das Kuchen unbedingt direkt links ist. Ich habe nur gesagt, dass er nicht rechts ist. Ja, was ist er denn dann für dich? Du kannst neutral sein. Objektiv neutral. Aber okay, Moment. Wenn du sagst, der ist neutral. Wie neutral kann jemand sein, der ein Lippenbekenntnis macht? Hey, ich bin voll für die LGBTQI-Plus-Community. Und dann, ah, guck mal hier, das ist scheiße, was die machen. Und hier, guck mal, das ist scheiße, was die machen. Und das ist scheiße, was die machen. Und ha, ha, hast du das gehört? Und dann kommt wieder, ja, aber eigentlich habe ich kein Problem mit dem. Wie neutral ist das dann? Aber neutral, 100-prozentige Neutralität würde es nie geben. Aber schaden Leute, die etwas Dummes für den Feminismus sagen, nicht dem Feminismus selber. Und nicht Kuchen, der die Leute kritisiert, die dumme Sachen in Richtung Feminismus sagen. Das tut er ja nicht. Er macht sich ja nur darüber lustig, dass das ja angeblich dumm sei, weil er es nicht versteht. Also ich persönlich konnte ihn immer ziemlich gut nachvollziehen. Nicht immer, aber zum Großteil konnte ich eigentlich seine Videos immer ganz gut nachvollziehen. Ja, aber was konntest du denn daraus nachvollziehen? Was ist denn sein Argument dagegen, dass Frauen, wenn sie im Internet Hass bekommen, dass das nichts damit zu tun hat, dass sie Frauen sind? Wenn das dann zum Beispiel sexualisierte Gewalt ist. Wenn die Vergewaltigungsdrohungen bekommen und alles mögliche. Oder wenn sie die ganze Zeit objektifiziert werden. Warum kann man da nicht sagen, ja, okay, Frauen bekommen eine andere Art von Hass. Warum muss man sich darüber lustig machen? Wo wurde denn Shuyoka objektifiziert? Naja, von Kuchen und Monte zum Beispiel. Weil Leute im Chat geschrieben haben, hey, findest du Shuyoka attraktiv? Das ist eine Frage, die brauchst du gar nicht beantworten. Kannst du direkt löschen. Warum ist das überhaupt Thema? Warum beantwortet man so eine Frage überhaupt? Würdest du es lustig finden, wenn Leute jetzt hier bei mir im Chat sagen würden, hey, findet ihr Hugo attraktiv? Würde hier niemand machen. Aber bei Frauen machen das die Leute. Also von mir aus könnt ihr das machen. Ja, von dir aus, klar. Aber Frauen wollen das wahrscheinlich eher nicht. Kannst ja mal ein paar Frauen fragen, wie die das finden. Ja, natürlich nicht. Das ist normal. Also es ist natürlich schon so, dass das bei Frauen mehr gemacht wird. Da kann man auch drüber reden. Aber nur weil das jetzt ein einziges Mal beantwortet wurde, macht das nicht die gesamte Kritik und die gesamten sachlichen Videos dieser eine kleine Minipunkt zunichte. Es ist ja nicht ein kleiner Minipunkt, sondern es sind sehr viele Punkte, die aufeinander häufen. Und die Kritik ist ja nicht wirklich großartig sachlich, sondern die Kritik bezieht sich meistens darauf, haha, die hat da irgendwas gesagt. Und meistens hat das dann nicht wirklich verstanden, was da gesagt wurde. Okay, ein ganz... Was war denn ein guter Kritik beispielsweise? Okay, also ein Punkt. Shuyoka hat gesagt, sie würde nicht mit Kuchen reden. So. Schaut sich dann ein Solmecke-Video an, sagt, äh, lol, das wusste ich noch gar nicht und sagt dann neun Leuten, die in den Chat kommen, ja, seht ihr, äh, ich will nicht mit dem reden, weil er Volksverhetzer ist. Was er nicht ist, er ist, er ist, er ist nicht verurteilt, er ist unschuldig. Doch, er ist verurteilt. Ja. 2016 wurde er verurteilt für zwei Witze über den Holocaust. Ja, aber er ist... Zwei Witze auf Twitter. Nein, das ist ein anderes Verfahren. Ach so, ja, okay, das, das 2016er Verfahren, okay, es gab zwei Verfahren, stimmt. Genau, ja, der ist verurteilter Volksverhetzer, genau, ja. Ja, deswegen ist ja auch das jetzige Verfahren, wo er in, äh, also, wo er drin ist, deswegen, ähm, möchte er das ja ganz gerne anfechten und deswegen will er das auf gar keinen Fall verlieren, weil er ja bereits schon vorbestraft ist über diesen Tatbestand. Ja, natürlich. Und wenn er dann nochmal angezeigt werden würde, dann würde wahrscheinlich irgendwann auch ne Gefängnisstrafe reinkommen, weil er halt nicht wirklich einsichtig ist. Ja, natürlich will er das, ich will auch nicht als Volksverhetzer bezeichnet werden. Also, ich meine, das ist ja... Ja, klar, aber wenn du schon mal Volksverhetzer unterwegs warst, er ist ja verurteilt als Volksverhetzer und dann macht er sich darüber, oder dann sagt er, ja gut, der Witze ist gar nicht mal so schlecht zu einer erneuten Volksverhetzung. Das ist, glaube ich, nicht so ne richtig gute Idee, wenn du schon verurteilt bist als Volksverhetzer. Ja, natürlich will er das, will er das, ähm, will er das abstreiten, weil er, weil er, weil, denkst du ernsthaft, das war mit dem jüdischen Familienfoto, war, war jetzt ernsthaft Volksverhetzung? Bist du wirklich der Ansicht, dass das gerechtfertigt war? Mit dem jüdischen Familienfoto? Meinst du jetzt die Tweets damals? Nein, nein, der Witz, der Witz im Video. Den er lustig gefunden hatte? Ja. Ich würde sagen, ja. Zudem er ironisch gesagt hat, der ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Der Staatsanwalt hat argumentiert, dass das eine erneute Volksverhetzung ist, also, ja. Und wenn die Vergangenheit der Person die ist, dass sie schon verurteilt ist wegen Volksverhetzung, dann ist es sehr naheliegend, dass das auch eine erneute Volksverhetzung war, ja. Klar. Ähm, das war ja wohl ganz klar Ironie. Also, er hat überspitzt gesagt, der ist gar nicht mal so schlecht, aber meinte damit eigentlich das Gegenteil. Er fand die nicht wirklich lustig. Das ist so, wie wenn, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, äh, Frauen gehören in die Küche. Aha, okay. So, wenn du das jetzt sagst, dann weiß jeder, dass das ein Witz ist. Ja, anscheinend weiß es ja nicht jeder. Und außerdem, wie gesagt, ich hab ja gerade gesagt, er ist ja verurteilter Volksverhetzer. Das heißt, wenn er dann nochmal etwas in diese Richtung tut, dann wird das sowieso auch nochmal stärker bewertet. Weil er ja dann ein Mehrfachtäter ist in dieser Kategorie. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, eben. Deswegen wird man das auch nicht irgendwie mit einer guten, also deswegen wird man das nicht sonderlich unkritisch betrachten, sondern sich denken, ah, okay, der ist sogar schon mal verurteilt gewesen wegen Volksverhetzung. Gucken wir uns das mal an. Und das ist ja das, was dann passiert. Also, wie gesagt. Ähm, und woher kennst du jetzt Kuchen's Absichten genau? Also, wenn du sagst, er vereinfacht, weil damit, damit er sich über Frauen lustig machen kann, woher kennst du jetzt die Absicht von, von... Die sagt er andauernd. Er will nur Geld. Ja, nein, er sagt, er will auch Geld verdienen. Er will keinen Diskurs. Aber er will doch Diskurs, also KuchenTV hat ja, KuchenTV hat dir doch auch ein Gespräch angebieten, oder? Nein. Warum sollte der mir ein Gespräch anbieten? Hat er dir kein... Der wollte eigentlich auch mal in irgendeinem Video, in irgendeinem Video hat er auch gesagt, dass er vielleicht mit Dara redet. Und das ist auch bisher nicht passiert, also... Er ist nicht wirklich diskursoffen. Stattdessen hat er dann ein Video über Dara und Imp gemacht. Also, ich weiß ja nicht. Hast du... Du, KuchenTV hat dich nie nach einem Gespräch gefragt? Nö. Ähm, und... Und Dara auch nicht? Dara mich? Nein, Dara... Nein, 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 nein. KuchenTV hat Dara doch, glaube ich, auch ein Gespräch angeboten, oder nicht? KuchenTV hat sogar gesagt, dass die reden werden, und dann ist das einfach nicht passiert. Und stattdessen ist dann ein Video über Dara und Imp rausgekommen. Ist doch ganz klar, was er will. Er will einfach nur Geld. Er will mit den Themen einfach nur polarisieren und Geld. Ja, aber er vertritt trotzdem... Natürlich will er Geld machen, aber trotzdem ist seine Absicht, ähm, auch seine Meinung zu argumentieren. Ja, das macht er aber meistens nicht gut. Und Schuyoka hat er auch mehrfach gefragt, ob sie reden wollen. Also, KuchenTV hat Schuyoka mehrfach gefragt nach einem Gespräch. Und sie hat jedes Mal abgelehnt. Ja, ist ja auch ihr gutes Recht. Äh, das Gespräch mit Dara wird stattfinden. Das geht wegen Dara gerade nicht. Ähm, mit wem? Äh, hier gerade im Chat. Ähm, aber, naja, ich meine, KuchenTV hat doch, war doch immer der, der Live-Gespräche gefordert hat. Und... Hat er? Okay. Also, ich so... Also, bei Schuyoka weiß ich's ganz sicher. Ja, das weiß ich. Da weiß ich's auch sicher. Äh, ja. Also, wie gesagt, mich hat er nie gefragt. Dich hat er nie gefragt? Okay. Nee. Äh, ich bin ja auch ein bisschen besser vorbereitet, ne? Naja, du, du bist... Ich glaub, der würde ungern mit jemandem darüber reden, dass er ein Volksfeierter soll. Bis der ganz genau weiß, dass er ein Volksfeierter ist. Also, KuchenTV ist... Ich glaub nicht, dass er mit so jemandem reden würde. KuchenTV... Gibt es die... Also, ähm... Ich... Mich würde das jetzt wirklich mal interessieren. Gibt es wirklich diese erste Anklage? Ähm, Lucy Potter, wenn du die vielleicht mal... Äh, das mal kurz rausnehmen würdest. Ich kann dir den Artikel gerne rüberschicken. Das ist auch ein YouTube-Video, wo er darüber redet. Da, wo er die Witze dann auch mehr oder weniger nochmal wiederholt und sagt, ja, ne? Genau, er hat in Videos mehrfach gesagt, dass er Gespräche sucht. Ja, das ist ja in Ordnung. Er kümmert sich aber nicht wirklich darum, dass Gespräche entstehen, oder? Naja, ich meine, man könnte ja dann, wenn er in einem Video sagt, dass hunderttausende Aufrufe bekommt, dass man ja dann auch im Normalfall häufig selber, also wahrscheinlich selber sieht, ähm, könnte man ja ihn anschreiben und nach einem Gespräch fragen. Warum sollte man ihn anschreiben nach einem Gespräch, wenn er sagt, er möchte gerne ein Gespräch haben? Sollte er dann nicht die Leute anschreiben nach einem Gespräch? Naja, wenn du jetzt sagst, er sucht kein Gespräch? Tut er ja nicht. Wenn er einfach nur sagt, ja, ich bin für ein Gespräch offen. Dann will er ja nicht aktiv auf die Leute zugehen, sondern er erwartet, dass die anderen Leute auf ihn aktiv zugehen. Ja, aber wenn er sagt, er ist bereit für ein Gespräch, dann, dann könnte, und man dann... Und dann meldet er sich nicht privat. Ja, gut, aber er ist ja auch... Also, guck mal, ich... Man muss das ja, ähm... Es ist schon... Also, natürlich könnte er das machen, aber trotzdem heißt es, dass er trotzdem ein Gespräch sucht. Ja, ein passives Gespräch. Er sagt, hey, ich bin gesprächsoffen. Aber ihr müsst dann erstmal irgendwas dafür machen, damit ein Gespräch stattfindet. Weiß ich nicht, wie gesprächsoffen das ist. Ja, klar. Also, halt ihn anschreiben, das ist jetzt aber auch nicht so die große Hürde, oder? Ja, aber warum sollten andere Leute, nachdem sie ein Video von ihm gesehen haben... Du musst dir ja auch mal vorstellen, das sind ja Leute, die selber Content machen. Denkst du wirklich, die Leute konsumieren Videos von anderen Leuten, außer sie behandeln sie in ihren eigenen Streams? Das macht doch niemand. Wenn er wirklich gesprächsoffen wäre, dann würde er nicht in irgendeinem Video sagen, hallo, ich bin gesprächsoffen, sondern er würde die Leute anschreiben. Weil er ganz genau weiß, dass andere Leute auch halt zu tun haben. Ja, danke für die fünf verschenkten Subs hier gerade, anonymer Gifter. Aber trotzdem kann man ihm ja da nicht vorwürfen, dass er kein Gespräch sucht oder dass er nicht gesprächsoffen ist. Ne, ich würde sagen, er mimt Gesprächsoffenheit, aber er möchte halt eigentlich nicht wirklich ein Gespräch. Naja, aber ich, wenn... Guck mal, hier bei mir im Chat wird gerade gesagt, Dara hatte mehrfach gesagt, dass er angefragt hat, ohne Antwort zu bekommen. Du hast ihn gefragt? Gesprächsoffen. Ne, Dara hat ihn gefragt, anscheinend. Achso, Dara hat ihn gefragt, okay. Nicht der gewesen, der gesagt hat, man darf nicht mit Linken sprechen, weil die Sache ist, die meisten Linken würden ja dann auch gleich wieder sagen, Kuchen ist rechts und mit dem darf man nicht sprechen. Das war ja die gleiche Sache bei Skurrus und Dara. Ja, ja, wir drehen uns im Kreis, das hatten wir ja eben schon. Das war jetzt nicht wirklich das Ding. Wir wollen ja eigentlich klären, warum Kuchen antifeministisch agiert. Oder reaktionär. Ja, Kuchen kritisiert Punkte vom Feminismus, aber das heißt ja immer noch nicht, dass er antifeminist ist. Er ist bestimmt nicht dafür, dass Frauen zurück in die Küche gehören und keine Rechte haben und Wahlrecht entzogen bekommen oder was auch immer. Ja, muss er ja auch nicht sein. Das ist ja nicht alles, was antifeminismus bedeuten muss. Aber ist man jetzt antifeminist, sobald man einmal was vom Feminismus kritisiert? Ne. Okay. Es geht um die, ja. Und ab wann, und kannst du jetzt in Kuchen seinen Kopf reinschauen oder woher weißt du jetzt, dass er dann antifeminist ist? Oder antifeminist ist? Ne, ich kann nicht in deinen Kopf einschauen, aber ich kann sehen, was er online mit seinem Content macht. Ich kann sehen, wann er Feminismus kritisiert und wie er Feminismus kritisiert. Und wenn man das sieht, dann entwickelt sich das halt daraus. So, ist es, guck mal. Wenn ich jetzt einfach nur sage, hey, ich find Feminismus cool. Und dann, du hast diesen einen Satz und auf den beziehst du dich immer. Hey, ich hab doch gesagt, Feminismus ist cool. Und dann mach ich ein Video. Guck mal hier, Feminismus, das ist Quatsch. Guck mal hier, da, diese Forderung ist Quatsch. Ach, guck mal hier, ne Frau sagt Hass im Internet, das ist was komplett anderes als bei Menschen. Also bei anderen Menschen. Das sind die Sachen, die ich da mache. Haha, warum ist dir Geschlecht so wichtig? Du hast gesagt, Frauen sind keine Menschen. Ne, hab ich nicht gesagt, aber ich weiß auch nicht, warum du da so ein Gatscha machen möchtest. Nein, Entschuldigung, das war, äh, das war ein Witz. Ähm, naja, aber auf jeden Fall würde ich sagen, du kannst, du kannst zwar sagen, dass KuchenTV sicherlich nicht die linkesten Standpunkte immer vertritt, aber ob er rechts- oder reaktionär oder antifeministisch ist, kann man daraus nicht lückenlos erkennen. Kannst du das bei irgendeinem Menschen lückenlos erkennen? Naja, schon alleine dadurch, dass er sagt, er möchte nicht als rechtsbezeichnet werden, distanziert er sich ja irgendwo vom Rechtssein. Okay. Oder? Also wenn die Leute einfach sagen, ich bin das nicht, dann reicht das für dich. Wenn Björn Höcke jetzt einfach sagt, ich, ich bin gar nicht rechts, ich bin kein Neonazi, dann reicht das für dich. Dann ist der Case closed für dich. Nein, nicht direkt, aber die Sache ist ja, wenn, wenn beispielsweise ein Kronk sagt, ich möchte nicht als rechtsbezeichnet werden, dann stößt er ja damit schon mal eher rechte Leute aus seiner Community raus. Also er, er, zumindest zieht er mit so einer Aussage keine rechten Menschen schon mal an. Weiß ich nicht. Viele Leute sagen, dass sie nicht rechts sind. Das ist ja immer, das Problem ist, hey, ich bin das nicht. Das ist egal, was du sagst, was du bist. An deinen Taten wird's bemessen, was du bist. Ich glaube, die meisten Leute wissen einfach, dass gerade in der heutigen Gesellschaft, wenn du sagst, ey, ich bin rechts, das wird eher negativ angesehen von den Menschen. Deswegen sagen alle Leute, ich bin ja gar nicht rechts. So viele Leute sagen das, dass selbst die CDU sich irgendwann hinstellt und sagt, naja, so rechts sind wir jetzt auch nicht. Naja, die CDU ist jetzt auch nicht so rechts wie beispielsweise die AfD. Nee, aber sie sind trotzdem rechts. Ob sie rechts der Mitte oder links der Mitte oder die Mitte sind, das kann ja niemand wirklich beurteilen, oder? Ja doch, an ihrer Position kann man das beurteilen. Wer beurteilt jetzt, ab welcher Position du rechts bist? Naja, wenn deine politischen Positionierungen, die sind von denen, was Rechte wollen, beispielsweise Migration begrenzen, beispielsweise Abtreibungen verbieten, beispielsweise das SBG nicht haben wollen. Wenn du Löhne nicht erhöhen möchtest für die Bevölkerung, wenn du Reiche nicht besteuern willst, sondern denen irgendwelche Dinge noch geben möchtest, dann würde ich schon sagen, hey, weißt du was, das hört sich alles ziemlich rechts an. Es hört sich bis jetzt, hat sich alles eher konservativ angehört zumindest, würde ich sagen. Migration begrenzen ist konservativ. Migration begrenzen, ja, Migrations begrenzen ist ja, ist ja, ja okay, Migration begrenzen ist eher rechts, auf jeden Fall eher rechts als links. Aha. Aber trotzdem. Was ist denn für dich konservativ und links? Vielleicht, das ist eine gute Frage, weil konservativ ist ja, also, konservativ ist auch rechts, also. Konservative Ansichten sind rechts, aber trotzdem ist, also rechts oder rechtsextrem sein oder sehr recht sein hat ja auch jetzt was. Warum denn rechtsextrem? Warum reden wir andauernd über Rechtsextreme oder Nazis? Das verstehe ich nicht. Warum ist das in deinem Kopf immer das Gleiche? Naja, weil, weil schon, ähm, naja, weil, 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 naja, weil es wurde ja von rechts, rechtsextremen und, und reaktionären Streamern gesprochen. Richtig, aber die rechtsextremen sind ja zum Beispiel Chris Enger und der Typ von der NPD. Ja, okay, die sind rechtsextremen. Das sind die rechtsextremen Beispiele, die genannt wurden und dann wurde explizit gesagt, Monte, Skoros und Kuchen sind nicht rechtsextrem. Steht da glasklar. Aber reaktionär. Schwarz auf weiß. Aber reaktionär, ja, genau. Und da würde ich immer noch nicht, das kann sein, dass du das für dich so einordnest oder definierst, aber da würde ich immer noch nicht zustimmen. Nur bei Kuchen. Bei Monte und Skoros weißt du es nicht. Richtig? Bei Monte bin ich mir ziemlich sicher. Also, ich kann natürlich nicht wissen, was er privat, was er privat sagt, aber in den Streams ist er doch meistens, meistens eher, eher links als rechts, oder? Also, Monte sagt doch selten rechte Sachen. Ich bin nicht kein Monte-Zuschauer und schaue nicht jedes Wort an und ich weiß auch nicht, wer definieren darf, welches Wort jetzt. Rechts ist natürlich, wenn du rechte Positionen vertrittst, aber ab wann bist du rechts, wenn du ein paar eher rechte Positionen vertrittst? Ja, aber das ist es ja gerade. Du vergleichst gerade die Dinge, okay, da sagt einer, lippenbekenntnismäßig, ja, ich hab ja nichts gegen Menschen, die können alle machen, was sie wollen. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Lippenbekenntnis, das wird jeder Streamer immer mal wieder machen können. So, und Monte hat dann den Take, ja, kriminelle Ausländer raus. Was soll man denn dazu sagen? Er hat von Schwerkriminellen gesprochen. Aber warum denn raus? Wohin denn? Wenn in ihrem Heimatland kein Krieg herrscht, dann kann man sie in ihr Heimatland zurückführen. Okay, warum sagt er dann Ausländer? Ich bin ja auch Ausländer vielleicht, theoretisch. Also, ich bin zwar hier geboren, aber meine Eltern sind ja Ausländer. Ja, und jetzt? Wenn ich jetzt eine Straftat begehe, soll ich auch das Land verlassen? Oder wie sieht das aus? Das ist natürlich ein guter, aber auch schwieriger Punkt, ob man jetzt... Ja, richtig, und das ist das Problem. Warum äußert man sich überhaupt dazu, wenn das ein schwieriger Punkt ist? Naja, Monte ist kein Politikstreamer und er wollte jetzt auch nicht das politische Statement da des Jahrtausends raushauen. Er wollte einfach einen Satz sagen zu einem Thema, das ihn gerade interessiert hat. Also, zu einem Thema, zu dem er gerade was sagen wollte. Ja, und genau das ist das Problem. Wenn er da keine Ahnung hat, dann sollte er vielleicht gar nichts dazu sagen. Warum muss er sich denn äußern? Ich äußere mich doch auch nicht über Quantenphysik. Ich fange doch jetzt auch nicht an, im Stream darüber zu reden. Ah ja, wir haben hier ein ganz spezielles Thema. Gerade ist ein ganz spezielles Thema, was weiß ich, Enteignungen in Indonesien. Das ist jetzt gerade in den Medien. Und dann habe ich nichts dazu gelesen und sage einfach so, naja, Enteignungen finde ich eigentlich ganz gut. So, ja, kannst du machen. Ist auch ein gutes Statement. Aber wenn du keine Ahnung davon hast, warum... In sehr vielen Fällen wahrscheinlich, ja. Klar. Wieso? Ja, okay, das... In welchen Fällen jetzt? Fändest du Enteignungen richtig? Also, das... Das Statement schockiert mich gerade etwas mehr. Wer sollte denn enteignet werden? Na, ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Fan von Milliardären und Superreichen. Also, hä? Ja, gut, aber dann bist du ja wieder bei... Ein gutes Beispiel zum Beispiel ist Vonovia und Deutsche Wohnen. Die gehören enteignet. Ja, gut, aber dann brauchst du... Weil die wollen Wohnraum kapitalistisch ansetzen. Also, dass du... Ja. Dann brauchst du quasi... Dann brauch ich? Dann brauchst du ja quasi jemanden, der entscheiden kann, wer enteignet wird. Damit bist du ja eher wieder bei einer... Ja, nicht direkt Diktatur, aber schon irgendwo bei... Ja, das machen wir demokratisch meistens, ja. Ja, gut, aber du kannst jetzt nicht abstimmen, wer enteignet wird. Nein, warum Diktatur? Man kann auch demokratisch entscheiden, was für ein Betrieb enteignet gehört. Wenn der irgendwas macht, was irgendwie verfassungswidrig ist oder so. Also würdest du sagen... Ja, also Enteignungen sind nicht irgendwie mit Diktatur zu verbinden. Also man kann auch demokratisch eine Enteignung beschließen. Beispielsweise im Kohlebergbau wird hier geschrieben bei mir im Chat. Aber trotzdem ist so eine Enteignung schon jetzt nicht besonders freiheitlich oder... Na, wenn jemand gegen Gesetze verstößt oder Leute ausbeutet, dann bin ich schon dafür, dass die dann enteignet gehören. Tu nicht? Ich rede ja nicht davon, dass alles enteignet gehört. Naja, wenn jetzt jemand eine Firma aufbaut und Millionär wird, dass der dann enteignet wird, ist natürlich, finde ich, sagen wir mal so, eher weniger gut. Was ist, wenn er Millionär geworden ist, weil er Menschen misshandelt, ausgebeutet hat und Steuern hinterzogen hat? Was ist dann? Dann ist Enteignungen okay? Naja, dann gehört er auch ins Gefängnis, würde ich mal sagen. Ja, unter anderem, aber sollte man ihn auch enteignen, oder? Sollte ihm nicht weitergehören? Oder seiner Familie? Naja, da sind wir jetzt schon wieder tief drin, aber auf jeden Fall können wir zurück zu Kuchen kommen. Und ich würde sagen, ich sehe Kuchen nicht als rechts an. Er ist auf jeden Fall nicht so links wie jetzt du. Aber hat das nicht auch was damit zu tun, dass linke Leute, weniger linke Leute, schneller als rechts sind, als rechte Leute? Weil wenn ich jetzt ein Nazi frage, bin ich die linkeste Person auf der Welt und wenn ich jetzt jemand linksextrem frage, bin ich rechts? Also ist die neutrale Beurteilung eigentlich unmöglich? Die neutrale Beurteilung? Naja, du beurteilst den Menschen ja nicht nach dem, was er sagt, sondern nach dem, was er so tut. Was seine Aussagen so sind, wofür er sich so einsetzt. Und klar, Kuchen hat einige Videos, wo er sich für die Uiguren da... Hä, warum nicht? Naja, was rechte und linke Positionen sind und wie die zu gewichten sind, ist extrem schwer und das kann niemand neutral machen. Aber genau, Lucy Potter hat recht, wir schweifen etwas ab. Okay. Ja. Es ging weiter zu dem Gamergate-Thema. Und dazu hatte ich jetzt noch mal eine Frage. Das war das zweite, ja. Genau. Also Gamergate, da ging es nicht um Belästigung. Das hatte ich verstanden und das ist auch richtig. Ich hatte das auch noch so im Kopf. Aber meinst du wirklich, dass KuchenTV das so gesagt hat, um das zu framen, um das als einzigen Zusammenhang darzustellen? Und nicht einfach, weil die meisten das noch mit dem in Verbindung hatten oder damit die meisten Leute darüber wissen, was es ist? Die meisten Leute haben damit wahrscheinlich... Ich glaube nicht, dass viele Leute überhaupt irgendwas mit Gamergate anfangen konnten aus der Community, wenn ich ehrlich bin. Und ich denke, der Grund, warum er das gesagt hat, ist, weil erstens in dem Thread nicht wirklich ersichtlich war, was es mit Gamergate zu tun haben sollte. Beziehungsweise es wurde halt angerissen, ne? Aber in dem Artikel selber wird dann gesagt, hey, das sind die Parallelen zwischen Gamergate und das sind die Unterschiede zwischen Gamergate. Und da hätte man ja drauf eingehen können. Zum Beispiel der erste Punkt. Der Hass entlädt sich primär an prominenten Persönlichkeiten. Das ist jetzt Shouyoka und Freiraum Reh, die immer mal wieder und jetzt sogar noch Thema sind. Ich meine, KuhnTV hat jetzt schon wieder ein Video über Freiraum Reh gemacht, in der Hoffnung, dass sie darauf reagiert, damit er dann noch mal Content für einen Monat hat. Das ist halt ziemlich klar, was da passiert. Ja, aber es ist ja jetzt nicht automatisch... Dann antifeministische Narrative, die gepusht werden. Also das Video gegen Freiraum Reh, da hat ja Freiraum Reh schon den einen oder anderen nicht so klugen Take gebracht. Und Kuhn hat ja schon einigermaßen argumentiert, warum er die Takes nicht schlau fand. Das ist nicht... Natürlich gibt es da eine monetäre Absicht dahinter, aber trotzdem heißt es ja nicht, dass das, was er gesagt hat, komplett wertlos ist. Ja, ja, das hat er ja in seinem Podcast offengelegt mit Skoros. Ja, ich habe den Podcast auch gehört. Also ich glaube, dass Kuhn natürlich hinter allem schon... Also hinter der Frage, warum... Also hinter der Sache mit Freiraum Reh und der Shouyoka-Sache und so weiter schon eine monetäre Absicht hat. Das ist klar. Aber trotzdem würde ich sagen, dass dieser eine Satz zu Gamergate jetzt nicht als Framing gemeint war oder so, sondern ich glaube, es war einfach ein Satz, den er dazu gebracht hat, damit die meisten Leute wissen, von was er spricht. Oder zumindest mehr Leute. Genau. Ja, damit sie wissen, wovon er spricht, beziehungsweise was er will, was die Leute denken, was Gamergate war. Genau. Und ich würde immer noch sagen, dass das, was er gesagt hat, und zwar, dass das nichts mit Gamergate 2.0 zu tun hat, ähm, ich würde sogar sagen, wenn du sagst, dass das ist vergleichbar mit Gamergate, dann relativierst du damit eher Gamergate. Na, aber es werden ja Parallelen gezeigt und auch Unterschiede. Also es wird ja nicht gesagt, es ist eins zu eins das Gleiche, sondern hey, wir gucken mal hier, ne, was ist gleich, was ist nicht gleich. Ja gut, aber es ist schon eine Framende Aussage, oder? Nee, es ist einfach nur jemandem aufgefallen, dass da Parallelen entstehen dazwischen und wenn dann jemand einen Artikel darüber macht und sagt, hey, wir gucken uns das jetzt mal an, ne, hier sind die Parallelen, hier sind die Unterschiede. So, zum Beispiel Handlungszwang wird suggeriert, Ungerechtigkeit soll nicht hingenommen werden. Was für eine Ungerechtigkeit denn? Was ist denn großartig passiert? Gar nichts. Naja, Shuyoka hat ja schon... Die Ungerechtigkeit wird einfach herbeifabriziert. Würdest du nicht sagen, dass, äh, dass Shuyoka schon in einigen Punkten weder sauber argumentiert hat, noch wirklich gute Punkte gebracht hat? Das rechtfertigt nicht 23 plus Videos. Und diese ganze Kampagne, die da gelaufen ist, also... Doch, weil sie weitergemacht hat. Da kann man dann ein Video zu machen. Also sie hat ja immer weiter... Nee, hat sie nicht. Die schweigt seit Monaten. Ja, jetzt schon, aber jetzt... Die macht gar nichts mehr seit Monaten. Diese Leute, ähm, die sie weiter verteidigen wollen, aber sie eigentlich damit weiter... Ja, warum macht er jetzt noch weiter? Warum er weitermacht? Weil es Content ist und weil es leicht zu... und weil es leicht auszuargumentieren ist. Ja, eben. Ja, klar. Nee, nicht, weil es leicht auszuargumentieren ist, sondern weil er sowieso schon angefangen hat damit. Weil es Content ist, weil die Leute ihn dafür jetzt gerade kennen und weil sie die Videos feiern. Die feiern das, wenn man auf eine Frau einschlägt. Ja. Aber das hat doch nichts damit zu tun. Genau das will er. Nein, die Leute feiern es, wenn jemand komplett dumme Aussagen bringt und Kuchen die auseinander nimmt. Das hat nichts damit zu tun, dass es eine Frau ist. Aha. Ja. Also... Nee, richtig. Aber die Videos mit Frauen werden trotzdem sehr viel mehr geklickt. Das erzeugt sehr viel mehr Spannung. Sehr viel mehr Reichweite. Okay, warte. Lass mich auf Kuchen seinen Kanal schauen. Also ich glaube, dass die Videos jetzt... Beispielsweise das letzte Video gegen Dara kam mindestens genauso gut an wie das gegen Freiraum Re, oder? Also jetzt... Stimmt, ja. Ja. Und das ist keine Frau. Das ist halt die Plausible Deniability-Karte. Ja. Ich weiß. Bitte was? Plausible Deniability. Das ist... Ah ja, ich mach doch auch Videos über andere. Ja, richtig. Aber in der Intensität macht er die Videos nur über die Woke Bubble. Und Dara ist der Proxy gerade. Dara ist das quasi das Bild für die Woke Bubble. Genauso wie ich das einmal war. Das ist austauschbar für ihn. Also guck mal... Das große Ding ist, hey, da sind Menschen, die haben progressive Werte. Und die müssen wir angreifen. Nein, das Ding ist, ist Videos gegen Marcellus Wallace und keine Ahnung, er hat... gegen jeden, auch damals, auch auf Uncut beispielsweise das gegen, äh, wie heißt der noch gleich? Gegen diesen einen Rapper, der so... Gut, Uncut interessiert nicht, ne? Ja, ja, und so weiter. Die Sachen, wo Leute einfach dumm sind und die man... Also dumme Takes bringen und Kuchen, die wirklich, ähm, wirklich, äh... Ja, aber Skoros bringt auch die ganze Zeit dumme Takes. Tobias Hoch bringt auch andauernd dumme Takes. Der hat letztens gesagt, dass der Illigella Cup nicht ausverkauft sein wird. Wo ist das Video von KuchenTV da drüber? Existiert nicht, weil's sein Freund ist. Warum hat... Ja gut, aber das war einfach ne Mutmaßung. Ja, es ist trotzdem ne absolut dumme Aussage, wenn du... Genau, die Videos gegen Roos... Der Illigella Cup, der... Ja, klar, aber es gibt kein Video über Tobias Hoch, weil es sein Freund ist. Ja, aber guck mal, der Illigella Cup war letztes Jahr komplett ausverkauft. 10.000 Leute sind da hingegangen. Und dann kommt Tobias Hoch an und sagt, ja, da werden höchstens 5.000 Leute sein, das Stadion ist nicht mal ausverkauft, also das ist nicht mal vollends für den Illigella Cup gebucht. Und dann kommt Elias an und sagt, da waren fast 20.000 Leute da. Ja, das war dann ein dummer Take, aber Shuyoka hat ja Streams lang über KuchenTV abgelästert und KuchenTV hat sich dann halt verteidigt und dabei noch den guten Content mitgenommen und die Leute feiern das nicht, weil das eine Frau ist, sondern einfach, weil sie das Gefühl haben, dass Kuchen... Weil sie das Gefühl haben, dass einfach die Aussagen dermaßen dumm sind, schon bei dem... Also schon, wenn diese Leute im Titel stehen, die Annahme haben, dass das ein spannendes Video wird, weil sich Leute komplett blamieren. Und das ist das, was die Community feiert und was die Leute mehr anschauen. Hat er sich auch verteidigt, als Freiraum Re auf Oliver Pocher reagiert hat? Bei 13 Fragen. War das auch eine Verteidigung? Von wem? Oder als er angefangen hat, über Hogwarts Legacy und J.K. Rowling zu reden und ihre Transfeindlichkeit, die er nicht wirklich erwähnt hat, und dann über den Parabelritter und Shuyoka drei Videos gemacht? War das auch eine Verteidigung? Weil da hat sie ihn an keiner Stelle erwähnt. War das mit dem Computerspielpreis auch eine Verteidigung? Weil da hat sie auch kein einziges Wort über ihn gesagt. Verteidigung für was jetzt? Ja, hat KuchenTV sich da verteidigt? Als er den Videospielpreis da handelt hat. Nein, natürlich nicht, aber KuchenTV darf ja über alles Videos machen, was er will. Nee, natürlich. Aber du sagst ja, dass er sich verteidigt. Aber in Wirklichkeit greift er die ganze Zeit an. Naja, er greift an und ... Naja, ja, natürlich greift er auch an. Aber das darf man ja, wenn man was öffentlich äußert, darf jeder so viele Videos dagegen machen, wie man will. Aber das hat nichts damit zu tun, dass es eine antifeministische Hetzkampagne ist. Ja, genau. Naja, doch schon. Wenn man die ganze Zeit sich im Kreis dreht mit den anderen Leuten, immer auf sich selber reagiert. Monte reagiert darauf, dann reagiert Kuchen nochmal darauf. Daraus mach ich dann auch nochmal ein Video. Wenn immer, wann immer die Kritik rankommt, wird immer wieder auf diese eine Sache referenziert. Und ach ja, wisst ihr noch damals, dieser Take von der sexuellen Belästigung, den wir erfunden haben, aber wir sagen euch nicht, dass wir ihn erfunden haben, das wird immer wieder referenziert. Immer und immer wieder. In jedem Video. Naja, Shuyuka hat gesagt, er hat ihr in den Ausschnitt gefilmt. Ja, und? Ist ja egal. Sie hat nie sexuelle Belästigung vorgerufen. Aber ist ja auch egal. Wie gesagt, das wird immer auf sich selber referenziert. Aber guck mal, selbst wenn es keine sexuelle Belästigung zu dem Zeitpunkt war, ich hab das gestern nochmal ein bisschen rausgesucht, dann ist es trotzdem noch ein Vorwurf, mit dem sie die Absicht hatte, Skouros komplett tot zu machen. Weil wenn so ein Vorwurf gegen einen Mann im Raum steht, dann werden die meisten ... Was für komplett tot machen? Luke Mockridge ist nicht komplett tot. Skouros hat einen Millionendeal beim Casino. Nichts passiert in unserer Gesellschaft, wenn jemand so was macht. Rammstein ist gecancelt, oder was? Die lachen sich doch alle kaputt. Naja, Rammstein ... Wer ist denn tot? Das Verfahren wurde eingestellt. Das Verfahren wurde eingestellt, ja. Ja. Und? Nee, damit sind sie erstmal juristisch gesehen unschuldig. Nee, die Schuld wurde nicht bewiesen. Sie sind nicht unschuldig. Aber geht das nicht gegen ... Das wäre jetzt doch ... Wir haben doch Unschuldsvermutung. Also solange jemand nicht schuldig ist, ist er unschuldig. Wir haben Unschuldsvermutung, ja. Bedeutet das nicht? Die Schuld wurde nicht bewiesen. Also unschuldig. Nee. Nicht schuldig ist das Wort, was du suchst. Möglicherweise schuldig, ohne Beweise. Äh ... Ist aber auch irrelevant. Äh ... Wir können ja dann darüber reden, hey, wenn Belästigungsvorwürfe im Raum stehen, oder Vergewaltigungsvorwürfe, die Verurteilungsrate liegt ungefähr bei was? 15% heißt das jetzt, dass alle gelogen haben? Guck mal. Ähm, hier steht's auch klar. Nee, das heißt einfach nur, dass solche Sachen sehr schwer bewiesen werden können. Luke Mockridge wurde wegen den Vorwürfen in der Psychiatrie eingewiesen. Er ist nicht selbst sehen gegangen, er musste eingewiesen werden. Weil ihn die Vorwürfe dermaßen, dermaßen fertig gemacht haben. Was sehr verständlich ist. Aha. Wurde er? Hast du da eine Quelle für? Ja, wurde er. Ich hör gerade, ich hör gerade ein paar Leute, die sagen, dass das nicht stimmt. Also, seine eigene Aussage. Äh, Lucy Potter, kannst du mir kurz die Quelle raussuchen? Ähm, also er hat das selber gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob's, ob's von der Psychiatrie dazu ein Statement gibt. Aber er selber hat gesagt, er musste in eine Psychiatrie eingewiesen werden, aufgrund der Vorwürfe. Und ich würde sagen, das ist schon sehr gefährlich. Und auch nicht gerade sinnvoll, wenn, wenn solche Faltanschuldigungen schon dazu führen, dass Leute in eine Psychiatrie eingewiesen werden, weil sie so fertig gemacht werden. Du weißt gar nicht, ob's Falschanschuldigungen sind. Naja, doch. Stand jetzt sind es Falschanschuldigungen. Also... Nee, stand jetzt sind es nicht bewiesene Anschuldigungen. Es sind nicht Falschanschuldigungen. Du hast keinen Beweis dafür, dass das eine falsche Anschuldigung ist. Wenn etwas nicht bewiesen wurde, dann heißt das noch lange nicht, dass es nicht passiert ist. Ja, juristisch gesehen schon. Juristisch gesehen schon, klar. Darauf ist unser System aufgebaut, ja. Aber das heißt noch lange nicht, dass jemand, dass etwas nicht passiert ist. Nur weil es nicht juristisch geklärt wurde, dass es passiert ist. Verstehst du? Ja gut, aber juristisch gesehen... Wenn ich jemanden umgebracht habe, wenn ich jemanden umgebracht habe und die Person ist tot, aber es kann mir nicht nachgewiesen werden, dann kannst du nicht hingehen und sagen, naja gut, da wurde ja niemand umgebracht. Keine Straftat. Nee, da wurde jemand umgebracht. Die Person ist tot. Man konnte aber nicht beweisen, dass die Person die Person umgebracht hat. Ich hab dir übrigens die Quelle jetzt. Ja, ich hab auch gerade geguckt. Genau. Ja gut, aber was Shuyoka machen wollte mit ihrer Aussage, meiner Meinung nach, ist Skurus mundtot zu machen, weil sie die Hoffnung hatte, dass ein derartiger Vorwurf... Weil es ist ein schlimmer Vorwurf, wenn ein Mann einer Frau in den Ausschnitt filmt, ist es eine schlimme Sache. Und wenn Leute das geglaubt hätten, dann wäre Skurus ja schon mal sehr schlecht dagestanden. Glücklicherweise, für die Wahrheit, hatte Skurus noch die Aufnahmen und dadurch konnte... Aber nicht vom ganzen Stream, sondern nur die zwei Minuten. Ja, genau. Dadurch konnte irgendwas bewiesen werden, bist du sicher? Dadurch konnte bewiesen werden, dass in dem Zeitpunkt... Skurus ihr nicht in den Ausschnitt gefilmt hat. Achso, okay. Nein? Hast du da einen Gerichtsbeschluss für? Entschuldigung. Juristisch gesehen ist das doch noch gar nicht geklärt, oder? Okay, muss... Also glaubst du jetzt ernsthaft, wenn wir diesen Ausschnitt ein Gericht zeigen, dass das Gericht sagen wird, ja er hat offensichtlich ihr in den Ausschnitt gefilmt? Das ist ein Kopf weg. Ja, also ich wollte gerade noch mal für den Chat sagen, also wenn es um Falschbeschuldigungen geht, da gibt es ja auch Studien zu und die Falschbeschuldigungen belaufen sich auf ungefähr 3%. Trotzdem ist die Rate von Leuten, die verurteilt werden für Beschuldigungen, wenn es jetzt um sexualisierte Gewalt geht, die liegen bei ungefähr 20%. Das heißt, ungefähr 77% der Leute, die Beschuldigungen aufstellen, machen keine Falschbeschuldigungen. Ja gut, aber wir haben ja auch nicht so ein System, was sagt, ja okay, wir dürfen jetzt einen Falsch wegsperren, damit wir nicht 10 zu Unrecht freilassen. Nee, das ist ja auch... Ja, richtig. Aber das ist ja das Problem mit dieser Art von, ich sag mal, Gewalt. Ja, natürlich. Da haben wir noch keine gute Möglichkeit gefunden, wie wir da adäquat vorgehen können. Ja, aber das wird wahrscheinlich auch nie wirklich beweisbar sein und nicht wirklich, ja, leicht nachzuweisen im Allgemeinen werden, niemals. Nee, natürlich nicht. Also ich glaube trotzdem, dass Shuyoka ihre Absicht war, also wenn das der Ausschnitt war, also Shuyoka hat gesagt, dass das nicht der Ausschnitt war, richtig? Das wissen wir ja nicht, weil Skouros nicht den ganzen Stream hochladen möchte, ja. Aber Skouros hat gesagt, er hat den ganzen Stream. So. Und nachdem er das gesagt hat, hat sich Shuyoka... Der hat einmal gesagt, er hat den ganzen Stream, dann hat er gesagt, er hat ihn nicht. Also ja, ich weiß nicht, ob Skouros den Stream hat. Aber nach der Aussage hat sich Shuyoka schon mal definitiv nicht mehr getraut zu sagen, es war an einer anderen Stelle im Stream. Hat sie nämlich nicht gemacht. Nee, sie hat nur gesagt, sie ist ihm häufiger begegnet. Das ist alles, was sie gesagt hat. So das, was da passiert ist, hat sie zur Kenntnis genommen und sie ist ihm auch noch häufiger begegnet an diesem Tag. Ist ihre Aussage gewesen. Genau, und er meinte doch da... Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, warum wir darüber reden, weil Gerichte werden das doch klären. Glaube ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, warum du sie beschuldigen musst. Glaubst du nicht? Ich dachte, Skouros will sie anzeigen. Verklagen sogar. Skouros? Natürlich werden das Gerichte klären. Ja, ja gut, aber ich ehrlich gesagt kann ich mir schwer vorstellen, dass... Also ich kann mir schon vorstellen, dass da ein Gerichtsbeschluss kommt, aber wenn Skouros die ganzen Aufnahmen hat, dann muss er sie ja vor Gericht vorlegen. Und in dem Moment... Ähm, weiß ich nicht, ob er das muss, ja. Naja, wenn er sie hat, glaube ich schon. Bei einer Anzeige muss er das vielleicht. Ich weiß nicht, ob man das auch im Zivilrecht machen muss. Wie gesagt, keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht, warum wir dann darüber reden, wenn das nicht geklärt ist. Nichts wurde bewiesen. Genau, aber im Moment ist... Also im Moment könnte man sagen, ist trotzdem der Stand jetzt, Skouros, hat sie nicht belästigt. Und die ganzen anderen Streamerinnen von denen... Der Stand ist... Wir haben keine Ahnung. Und der Stand... Und Shuyuk hat ja gesagt, es gibt noch ganz viele andere Streamerinnen, bei denen er das gleich gemacht hat. Wenn du sagst, der Stand jetzt ist... Wenn du sagst, der Stand jetzt ist, er hat niemanden belästigt, dann sagst du doch quasi, dass die Aussage von Shuyoka falsch ist. Auf welcher Grundlage? Das weißt du doch gar nicht. Das kannst du doch gar nicht wissen. Naja, natürlich nicht, aber trotzdem ist es ja falsch, wenn du jetzt immer noch... Du sagst ja... Also... Guck mal... Shuyoka hat ja zum Beispiel auch gesagt, es wäre bei noch mehr Streamerinnen passiert. Ja, und? Wer davon hat sich gemeldet? Warum sollte sich jemand öffentlich melden? Ist doch egal. Warum sollte sich niemand melden? Ich meine... Wird sich dann ja im Gerichtsverfahren... Wird sich ja im Gerichtsverfahren dann zeigen, ob die Leute tatsächlich existieren, oder? Warum sollte man sich jetzt gerade melden, damit man dann Hass von KuchenTV, Skurros und Monte bekommt? Ah, noch eine weitere Lügnerin. Ah, guck mal, noch eine weitere Falschbeschuldigerin. Denkst du nicht ernsthaft, dass das genau das wird, dass genau die gleiche Kassette wird abgespielt werden? Als ob das irgendwas ändern würde. Selbst wenn sich jetzt fünf Frauen melden würden, die würden einfach nur genau so durch den Schlamm gezogen werden. Ja, die lügen. Alle. Aber... Aber damit schiebst du ja... Ja, warum sollten sie sich melden? Also, aber wenn du sagst, es ist eine Hetzkampagne gegen Shuyoka und so weiter, dann bist du ja auch schon... Dann gehst du davon aus, dass KuchenTV das gemacht hat, weil... Hat er ja auch. Wenn es so wäre, dass Shuyoka ihn zu Unrecht beschuldigt hätte... Mhm. Dann wären ja die ganzen Videos und alles absolut gerechtfertigt gegen Shuyoka, weil damit würde es ja Frauen, denen sowas wirklich passiert, das absolut schädigt. Nee, es wäre nicht gerechtfertigt, weil du immer noch das... Nee, es wäre nicht gerechtfertigt, weil du dann immer noch die Meinung in der Öffentlichkeit vertrittst. Frauen sollte man nicht glauben. Weißt du, was die wirklich machen sollten, wenn sie tatsächlich Feministen wären? Wenn sie tatsächlich für Frauenrechte wären? Dann hätte Skurros das auch einfach alles per Gericht klären können. Alles privat. Keine Videos machen. Einfach, oh mein Gott, da sind irgendwelche... Nein, hätte sie nicht. Sie hat das einmal kurz im Stream erwähnt. Ja, ja gut. Niemand wäre darauf eingestiegen. Guck mal, wenn ich jetzt kurz im Stream behaupte, du wärst Mörder, so, dann darfst du auch drei Stunden darüber reden, dass du kein Mörder bist. Und dann musst du das nicht vor Gericht leise klären, wenn sie das laut macht. Recht auf Gegenschlag. Ja, klar, Recht auf Gegenschlag. Meinst du, Recht auf Gegenschlag gilt für 34.000 Videos? Für 20.000 Streams? Ja. Ich glaub nicht. Absolut. Nein. Das ist nämlich eine schwere Anstellung. Recht auf Gegenschlag ist eine Äußerung dazu. Wie, wie... Okay. Ja, das bringt, glaub ich, nicht viel. Ich glaub, da kommen wir nicht ganz zusammen. Äh... Nö. Aber das... Aber dann bist du also der Meinung, wir warten jetzt bis ein Gericht das entscheidet. Und wenn das Gericht sagt, dass Belästigung von Skurus gab, dann ist Shuyoka eine Falschanschuldigerin. Richtig? Nö. Nö. Aber... Wäre es immer noch nicht. Aber wie gesagt... Nö, er hätte... Es wäre zumindest... Es wäre zumindest immer noch eine Aussage gewesen, mit dem Shuyoka ihn hätte massiv in der öffentlichen Wahrnehmung schädigen können. Und wenn die falsch gewesen wäre, dann... Und wenn die falsch wäre, dann wäre das schon ein sehr mieses Mieter. Nö, bin ich wirklich. Der war schon vorher komplett verbrannt in der Öffentlichkeit. Ja, Shuyoka hat ihn rehabilitiert. Komplett verbrannt in der Öffentlichkeit. Als Casino-Streamer. Nö. Monte und Kuchen. Und Skurus selber hat sich rehabilitiert. Und alle, die da mitgemacht haben. Shuyoka hat gar nichts gemacht. Jedes einmal in einem Stream hat sie einmal noch was gesagt, was sowieso schon seit Jahren im Raum steht. Und das wurde dann als Aufhänger benutzt. Und Skurus nennt sich selber der German G. Kompletter Andrew Tate-Fanboy. Der hat sich selber schon komplett ins Aus geschossen, mit allem, was er tut und was er sagt. Ja gut, ich bin auch kein Fan von Andrew Tate. Aber nur weil er sich German G nennt, heißt das nicht, dass so eine Anschuldigung gegen ihn man einfach machen darf. Ohne irgendeinen Beweis zu bringen. Und wenn er dann Gegenbeweise bringt, zu sagen... Unschuldsvermögen. Ja, ja. Er hat keinen Gegengeweis gebracht. Er hat zumindest eine Gegendarstellung gebracht. Keinen zu hundertprozentigen Beweis, aber er hat schon deutlich mehr gemacht, als er machen müsste. Mhm. Ja, warum hat er das dann gemacht? Frag dich das mal. Warum er das gemacht hat? Weil man Frauen in der Öffentlichkeit diskreditieren möchte. Man möchte Feminismus in der Öffentlichkeit diskreditieren. Progressivität diskreditieren. Das war absolut unnötig, das zu machen. Weil Shuyoka hat ja keine Beweise geliefert. Also warum macht man das? Content. Damit man sich rehabilitieren kann. Damit man sich als der Retter darstellen kann. Damit man auf Feminismus draufspucken kann. Deswegen hat man das gemacht. Ja, natürlich. Eine schöne Kampagne fahren. Eine schöne Hetzkampagne. Wenn man als Feministin oder als progressive Person etwas Dummes macht, was man ausargumentieren kann, dann schadet man damit der eigenen Seite. Und dann ist nicht KuchenTV schuld, dass er das macht, sondern die eigene Seite schuld, dass sie etwas macht, was man auf diese Weise ausargumentieren kann. Ja, aber das tut er ja eben nicht. Das hatten wir ja schon geklärt. Also ich kann nur sagen, du kannst ja mal in nächster Zeit ein bisschen darauf achten, was so seine Argumente sind. Und wenn du dir das mal ein bisschen aufschreibst. Das hattest du auch gesagt. Man soll jedes Video hinterfragen. Das mache ich tatsächlich. Also ich habe noch nie auf ein Video reagiert und gesagt, ja, 100% richtig. Meistens bei den allermeisten KuchenTV-Videos. Auch beispielsweise bei der Sache mit, wie heißt der, Cisco G. Da habe ich auch nicht allen Punkten zugestimmt. Genauso wie ich dein Video nicht unkritisch behandelt habe. Ich habe das Video massiv hinterfragt und das mache ich auch bei KuchenTV-Videos. Aber ich werde bei KuchenTV von der Argumentation her selten enttäuscht. Oder zumindest selten komplett enttäuscht. Ja, dann achte da einfach mal in nächster Zeit darauf, was denn die Argumentation tatsächlich ist. Weil in den meisten Punkten, wenn man sich beispielsweise das andere Video von mir anguckt, wo ich dann auf seine Reaktion da eingehe. Der liest die Sachen nicht mal richtig vor. Der macht dann einfach was völlig Neues daraus. Da steht Gewalttaten gegen Transmenschen. Und dann macht er daraus, ja, Gewalt gegen Menschen. Warum macht er das? Ja, weil er nicht zustimmen will, dass Gewalt gegen Transmenschen was Schlechtes ist. Er muss daraus Menschen machen. Das wäre doch der einfachste Punkt gewesen, als er da angefangen hat, das alles aufzuzählen in diesem Antwortvideo an mich. Da wäre der einfachste Punkt gewesen, wo man hätte sehen können, ah, okay, der interessiert sich wirklich so ein bisschen wenigstens für die LGBTQI-Plus-Community. Aber nein, der muss das alles komplett verzerren. Der liest alles komplett falsch vor. Das steht da teilweise gar nicht, was er einblendet und vorliest. Aber Gewalt gegen... Das ist doch absolut unehrlich. Gewalt gegen Transmenschen ist ja auch Gewalt gegen Menschen, oder? Ja, aber warum sagt er Gewalt gegen Menschen, wenn da explizit steht Gewalt gegen Transmenschen? Weil er nicht sagen will, dass er gegen Gewalt gegen Transmenschen ist. Weil sonst werden die Leute denken, dass er zur Wokebubble gehört. Ja, er gehört... Deswegen will er das nicht aussprechen. Nee, richtig, er gehört da nicht zu. Deswegen muss er um jeden Preis dafür kämpfen, dass es zu missrepräsentieren. Korrekt. Muss jetzt jeder zur Wokebubble gehören? Warum liest er das nicht... Nein, aber warum liest er das denn falsch vor? Warum blendet er etwas ein und liest es extra falsch vor? Wahrscheinlich, weil er sich verlesen hat oder weil er es kürzer machen wollte. Aber wahrscheinlich einfach, weil er es sich verlesen hat oder weil er es... Nee. Nein, er hat sich nicht verlesen. Du kannst deine Diskussion ja auch nicht kennen. Er macht ganz spezifisch genau das. Er macht es doch in jedem Video so. Es kann doch nicht sein, dass er an jeder anderen Stelle immer alles perfekt vorliest und dann an den Stellen, wo es darum geht, sich für die LGBTQI-Plus-Rechte von Menschen einzusetzen, da hat er sich ausgerechnet mal komischerweise verlesen. Dann nimmt er das nochmal auf, wenn er sich verlesen hat. Die Arbeit macht er sich aber nicht. Frag dich mal, warum? Weil er nicht wahrgenommen werden will, als jemand, der sich für die Rechte von LGBTQI-Plus-Menschen einsetzt. Der möchte sich das immer mal wieder auf die Fahne schreiben. Expliziert das gesagt. Ja, er hat es gesagt. Das ist ein Lippenbekenntnis. Korrekt. Weißt du, was ein Lippenbekenntnis ist? Wenn er das vorliest, ist das auch nur ein Lippenbekenntnis, oder? Nee, eben nicht. Er hat es ja extra nicht vorgelesen. Er hat sich ja extra nicht hingestellt und gesagt, ja, Gewalt gegen trans Menschen, das ist was Schlechtes. Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat extra vorgelesen, Gewalt gegen Menschen und das geht natürlich gar nicht. Und da sollte die Kritik immer sein, von jemandem, der kritisch sich das anschaut. Alter, warum hast du das nicht richtig vorgelesen? Das ist dann nicht, ja, da hat er sich vielleicht verlesen. Das hattest du aber nicht mal in deinem Video drin, oder? Ja, das ist in meinem neuen Video. Das war das Antwortvideo auf mein Video. Okay. Ist das nicht nur eine Reaktion gewesen, oder gibt es noch ein komplettes Video? Das war nur eine Reaktion, ja. Das war eine Reaktion, wo ich genau das angesprochen habe. Dass die Leute alle auf seine Videos reagieren und dann liest er etwas vor. Und dann liest er es nicht vor, sondern er sagt was völlig anderes und die Leute checken das nicht. Alpha Kevin checkt das nicht, Kaiser checkt das nicht. Niemandem interessiert das, was da tatsächlich steht. Alle hören nur darauf, was KuchenTV sagt. Das ist quasi Gottes Wort in ihren Ohren. Es juckt überhaupt nicht, was steht. Die Fakten interessieren niemanden. Die Geschichte ist das, was interessiert. Und das wird dir auffallen, wenn du das nochmal schaust. Mein Chat sagt das gerade. Ja gut, ich kann den einen Punkt jetzt tatsächlich nicht. Aber ansonsten, würdest du sagen, Kuchen hat nie gute Punkte, sondern framet immer nur und liest Sachen mit Absicht falsch vor. Und das ist der einzige Grund, warum er als argumentativ überlegt wird. Jetzt bist du wieder weg. Ich glaube, wir müssen das mal irgendwie wann anders nochmal machen, wenn das Internet besser ist. Ach man, warte, ich bin gleich wieder da. Hallo? Moin. Ich habe das Problem gelöst. Ja, alles gut. Ich würde sowieso sagen, dass wir so zum Ende gekommen sind, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen kamen wir nicht wirklich voran. Ich hatte noch eine ganz kleine Frage und zwar, die wollte ich noch stellen. Okay. Dein Klarname wurde von Skurrus veröffentlicht. Nee, da reden wir aber, wir reden nicht über Doxing. Okay, ja, ich habe, aber das hast du doch selber getwittert, oder nicht? Ja, richtig, aber ich will jetzt nicht irgendwie darüber reden, was da die Gründe für sind oder wo er die Informationen hat oder sonst irgendwas. Das braucht nicht Thema sein. Okay. Ja? Okay. Alles klar. Noch eine letzte Frage. Aha. Warum wurde Lucy Potter von deinem Discord gebannt? Weil Lucy Potter bei Tobias Hoch dafür bezahlt hat, dass ich gebannt werde. Und dann dachte ich, sehr gut, wenn du dafür bezahlst, dass ich gebannt werde, brauchst du auf meinem Discord nicht auftauchen. Aber du weißt schon, dass das Satire war, oder? Das ist doch völlig egal. Dass wir den Subs gebannt werden. Das ist doch völlig egal. Du wurdest gebannt, weil du deren Meinung nach den Fragen ausgewichen bist und nicht, weil sie Geld dafür bezahlt hat. Na, Tobias Hoch hat gesagt, wenn jetzt 100 Subs reinkommen, dann bannen wir Kirchow. Und dann hat sie 100 Subs reingehaut. Das ist völlig egal. Okay. Wieso mir, so ich dir. Okay. Das ist ja auch nicht so schlimm. Keine Hard Feelings oder so. Aber, ja. Das ist alles. Naja, schön. Vielleicht sprechen wir irgendwann nochmal, wenn... Also, wie gesagt, ne? Wenn du kritisch bleibst oder wenn du so diesen kritischen Anspruch hast und alles so ein bisschen hinterfragst, kann ich halt eigentlich nur sagen, ja, vielleicht fällt dir dann ja in Zukunft mal ein bisschen was auf oder nicht. Oder, ja, wer weiß. Ich werde auf jeden Fall allen Videos gegenüber immer mit gesundem Menschenverstand geben und von nichts 100% ausgehen. Ja, 100 Subs, genau. Lucy Potter hat 100 Subs rausgehauen. Dafür wird gerade Lucy Potter hier im Chat. Gut. Ja, alles klar, Hugo. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Stream. Das wünsche ich euch auch, ja. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen streamen, weil gerade viele Zuschauer da sind. Ja. Und vielleicht hört man sich nochmal. Ich fand's schön, dass wir wenigstens miteinander reden konnten, ne? Ist immer wichtig, in Kontakt zu bleiben. Fand ich auch gut, ja. Auch wenn man wahrscheinlich den meisten Meinungen nicht übereinkommt. So direkt jetzt. Ja, aber ich meine, immerhin bist du gegen die AfD und gegen Rechtsextreme. Also von daher. Ja, das hat ja jetzt nichts damit zu tun. Und dafür ist jetzt auch eigentlich niemand aus irgendeinem, also aus der Babel jetzt. Naja. Kommt drauf an, über wen wir reden. Aber ja, stimmt. Okay, dann. Alles klar. Viel Spaß noch. Dann, ciao. Tschüss. Leute, das war mal ein Gespräch. Das war mal ein Gespräch.